Die RIG ist zu diesem Bereich nicht frei gegeben. Bitte treten Sie von der TÜB zurück. Was? So, wo? Wo finde ich denn jetzt bitte die RIG von dem Knie hier? Gibt es eine ID-Karte hier irgendwo rum? Oh, 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 oh je, oh je, oh je, oh je, mir schwand nichts Gutes. Ja, ja, bestimmt, ganz bestimmt, ganz, ganz bestimmt, sag ich. Warte mal, ich check mal ganz kurz nochmal hinten sein Zimmer. Ah, okay, haben wir schon alles. Okay. Nice! Weiter geht's. Oh, shit. Ah, ihr könnt jetzt eine Länge scheißen. What? Äh, verbal ist jetzt nicht so geil. Damit kann ich jetzt nicht anzudieren. Die Frage... Er kann jetzt hier nicht durchlaufen, ich bin hier sofort im Arsch. Shit. Okay. Kann ich hier kaputt machen? Alles klar, okay. Ich kann es kaputt machen. Okay, cool, cool, cool. Alles klar, haben wir. So, ja, nix hier mit verbalen... Wo are you? Wo are you? Ah, der Feind kann von überall her kommen! Oh! Oh, shit, oh, shit! Okay, das war... Jetzt wirklich nochmal eine ganz schön knappe Kiste gerade. Ey! Oh! Also, ich bleib dabei, diese Babys sind einfach nur eklig. Explosiv-Babys. Wer kommt auf so ein Shit? Wer kommt da drauf? So, okay. Hier ist ein Fahrstuhl. Der geht in it. Der geht in it? Okay, schauen wir nochmal hier rein. Erstmal Cutter-Energie. Text-Lock. Okay, persönliches Lock. Halt, Philips. Aufzeichnungs-Nummer 466. Ich habe versucht, so lange es geht, außerhalb der Reichweite von Antis Interface zu bleiben. Ich will ihre Entschuldigungen bezüglich meiner Versetzungsgesuche nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur kompüterisierten Bockmist. Dann 20 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht. Nicht eine Antwort halten. Ich weiß, sie lügt. Ich weiß, dass sie sie nie abgeschickt hat. Naja. Aber ich habe Antti gezeigt. Ich habe bei meinem Mittag all meine Vögel aus den Käfigen gelassen. Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Und wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Antti spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte, was von abnormalen Profilen. Mir doch egal. Ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögeln getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Ja, da ist, da setzt langsam Weltraumkoller rein. So. Kommt jetzt hier irgendwas? Da oben ist auf jeden Fall noch eine Werkbank. Hochspannungs... Ja, was... What should we do? Ah, hier. Hackt der Konfe. So, okay. Auf geht's. Na. So. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. So. Das haben wir. Okay. Boah, Mann, Alter. Alter, ich raf nicht, warum die so fucking schnell sind. Das... Was ist ja... Alter. Das ist ja... Nein, den will ich nicht. Den will ich. War's das jetzt? Haben wir's? Also die Musik ist immer noch hochdramatisch. Von daher denke ich mal, na, wir könnten es vielleicht noch nicht anzugeschafft haben. Wahrscheinlich oben. Gut, okay. Ich check mir erstmal ganz kurz hier die Leichen. Zweit liebstes Hobby bei Dead Space. Leichen fleddern. Leichen looten. Okay, aber... Oh ja. Sieht's aus, als haben wir alles. Dann gehen wir mal hoch. So ein Schwein. Kommt jetzt hier hoch. Okay, das haben wir ganz souverän gelöst. Ausnahmsweise mal. Okay, hier kann man jetzt runterspringen. Tatsächlich würde ich aber vorher gerne nochmal... ...den kleinen Wichser... ...erledigen. Okay. Erstmal... Ich glaube, es ist erstmal safe. Das will mal ganz kurz hier... Und wie gesagt, dass er safe ist... ...braucht natürlich da so ein... ...so ein Arschlank. Okay. Wie viele Knoten haben wir überhaupt? Eins? Zwei? Zwei. Mh... Mh... Ja. Okay. Wir könnten die Nachlade... ...Ladekapazität ein bisschen... ...oder beziehungsweise halt die Nachladegeschwindigkeit ein bisschen... ...anpassen. Oder... Wir warten schlicht und ergreifend noch etwas. Bisschen mehr TP wäre natürlich auch geil. Naja. Ja, 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 ja. Bin ein bisschen... ...Zwiegspalten. Ach komm. So, TP geht immer gut. TP kann nie schlecht sein. Okay, gut. Denn... ...was müssen wir denn hier jetzt aktivieren? Ah, hier. Wir müssen den Jochen hier runterkriegen. Müssen wir mal schnell den Flügel von dem T-Falk da hier entfernen. Ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange genug leben, um die Energie wieder herzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie Aufrufe. Oh. Oh. Okay, hat er sich ja... Er hat sich Kalle selbst geheilt, oder? Kann das sein? Das war jetzt, äh... Krass. Ein Energieknoten, sehr cool. Hm, come out, come out, wherever you are. Okay, können wir mal was safen. Hier haben wir noch eine kleine... ...Truhe zum Raufstampfen. Und... ...Wertest du wohl? Schlumpf, schlumpf, nochmal kurz nachladen. What? Jetzt sind doch nicht die Einzelnen hier gewesen. Oh, Mann, Alter. Okay, also ich weiß, Luft geht so langsam ein bisschen aus, aber ich sehe jetzt hier noch nicht unbedingt so die panische Dringlichkeit. Bei noch 90 Sekunden, das ist schon ordentlich, da geht schon mal was. Sage ich jetzt und starb an Atemnot. Alter, wo ist das Ding? Oh, das war jetzt aber knapp, das war jetzt aber mal knapp hier. So, muss ich jetzt... ...Hauptrechner. 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 Kommt, User, hier sprecht direkt zur Tragment. Sofort alle Funktionen der Solaranlage deaktivieren. Systemabregelung wird initialisiert. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nicht zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Oh, 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 so, 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 so. Du kleiner Penner, Alter. Du kleiner Penner. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ach, nee, nein, nein, nein. Nein. Ich kletter nochmal raus. Wir konnten also noch etwas umleiten, habe ich gerade gesehen. Was ist denn hier liegt denn noch? Ähm. Wie? Okay. Ah, okay, aber ist klar. So hochtoxisch hier. So, aber wir Solid-Sneaken uns jetzt hier durch. Was ist denn das? Was hier zum, was ist das? Können wir das mitnehmen? Der unautorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine Verletzung des Bürgerrechts der Titan-Station. Ersetzen Sie alle Steuerungen und treten Sie von Sicherheitsgassen zurück. Shit. So, wie soll ich jetzt hier alle rausflacken oder was? Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Oh, der ist richtig. Okay. Nice. Der ist falsch. Sieht zwar jetzt noch nicht, welchen ist das... Also, wahrscheinlich müssen alle hier rein. Äh. 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 Wo ist er hingeflogen? Da ist er. Und schnell mal. Out of the map. Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Okay, alles klar. Reingekrabbelt. Also, das ganze Design ist... Okay, ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber das ganze Design von diesem Game ist halt einfach so ultra-igel. Oh. Ein Peng. Ein Peng. Wie geil. Wir haben den Peng. Energieknoten. Super mega geil. Noch ein Energieknoten. Sag mal, ich... Könnte ja fast... Weinen vor Freude. Halbleiter. Na bitte oder so. Aber schöner Raum hier. Das ist ja mal ein schöner Raum. So, wenn wir jetzt rauskriechen... Wäre jetzt halt nur die Frage... Warte mal, kommen wir jetzt hier drüben wieder an? Die grundlegende Frage wäre jetzt, wenn ich... ...noch mal jetzt hier kurz, äh... ...die Einheit verstelle... ...komm ich ja vorne wieder an. Und wenn ich rausklettere... Unautorisierter Besucher. Hauptrechner. Ja, 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 ja. Da kann ich ja die Einheit wieder verschieben. Irgendwie lande ich dann wieder... ...gerade in dem Lootraum, wo der Peng war. Ich glaube, wir müssen es einfach rausfinden jetzt. Also... ...aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden wir nämlich... ...dort landen. ...und wieder hinein. Kribbelde, krabbelde, krupp. ...Ach... Git! Okay, cool, cool, cool. Nope. Nope. So, schauen wir mal, ob er... Okay. Ist das hier irgendwie, gibt es hier ein System, oder ist das jetzt halt einfach wirklich nur stumpfe Try and Error angelegt? Dann ist das jetzt nicht so der große Akt, aber... Gerne hätte ich gewusst, wie. Ich glaube, hier vorne hat man es... Aha. Ja, immer, immer. Okay. Also, das sieht auch alles so aus, als wenn du wirklich definitiv immer einen Schutzanzug brauchst hier. Also. So. Kribbeldi, krabbeldi rein. Na, was ist denn shit? So eine Scheiße. Ja, da ist doch nur ein Klappwerk, wer blöde. Ach, Sonne. Das ist ärgerlich. Das ist sinnlose Backtracking. Da... ...wöchte ich mich mal gleich für entschuldigen. Oder vielleicht fährt jetzt auch der Shiran ein. Ja, damit hätte man wahrscheinlich meine Frage gerade selber beantwortet. Das muss dann ja nicht blau sein. Das muss dann grün sein, hörenme. Ja, das ist ja ein Ding, du. So, das ist der Nupsi von unten. Und der Nupsi von unten kommt hinter... Da muss ja Dreck grün sein. Na, sag mal. Tja. Nja. So. Oh, nein. Oh, oh. Ne, das nicht. Kommt der jetzt hier noch rüber? Das ist ja doof. Und zum achten Mal. Es sieht einfach so nice aus. Nein, Mann, Alter. Dreh mich um. Hm, extrem anfällig, ja? Sollen wir einfach so machen? Oh, ja, okay. Oh, shit. Daneben. Kann ich eben diesen Körper schmeißen? Und einfach sagen, gibt es? Nein. Hahaha. Beste Zeit, um nachzuladen. Oh, Wichser. A-i-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai. Kommen, 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 jungen. Kommen, 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 kommen. Wir haben alles. Ah, vielleicht verpissen wir uns einfach mal von dem Ding runter. Automatisierte Funktionen Offline Offline Schönen Manuell Bedienung zurückgesetzt Anti Offline 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 Offline